Hey Leute, ich bin euer FlinderHD und willkommen zu der zweiten Folge Minecraft. Passi! Zu dritt hier, wie am Start. Der Gully redet heute mit. Falls ihr euch fragt, wo die erste Folge ist, die ist bei den Namen Skylife aufgekommen. Einfach Skylife hier eingeben. Von der letzten Folge haben wir ein bisschen weiter gebaut. Ist jetzt ein bisschen ausgebaut. Hab ich ein bisschen weiter gebaut. Ich hab mir gedacht, dass ich hier so Glashrosch vorhaue und dann hier so Wasser laufen lasse. Mal gucken, was ich da so mache. Ein bisschen offen weiter gebaut. Ein Biese! So. Ähm, falls ihr gerade fragt, warum Fynn so laut ist oder warum wir so laut sind. Wir haben gerade mein Mikro angemacht. Ähm, ich mach mal den Regen kurz aus. Warte mal. Ey, ey, Robin! Hast du ein Buch? Robin. Robin, ich hab noch ein Buch. Äh, Leute, in der ersten Folge haben wir ein Buch bekommen. In der Tour. Ja, aufpassen und lass da schnell reinlegen. Hallo, ich hab noch ein Buch. Komm rein, komm rein. Les mal kurz vor euch. Töter Spilett. Okay. Zack getötet. Quest 1. Oh nein. Oh nein. Das ist irgendwie so ein anonymer Typ, ne? Alles klar! Schon wieder dieser Typ. Das ist irgendwie so ein anonymer Typ, ne? Nein! Mach das weg! Und Leute, die denken wahrscheinlich, wir fängen das irgendwie. Aber wir tun ja nicht. Aufgabe 1. Finde die... Geile Truhe. M. Warte mal. Finn! Ich leg's auch mal durch. Hast du irgendwo ne Truhe gesehen? Nein. Ich leg's auch mal durch. Finn! Nein. Ich glaub, ich weiß nicht, wie ich bin. Nehmt. Was? Ähm... Die Junge... Ich leg hier in der Höhle. Ich leg's nicht. Hier gibt's einen Melonen. Hier gibt's einen Melonen-Skin. Nein. Ähm... Der Goliere... Kuchen-Skin! Goli! Das ist so toll! So... Ähm... Ähm... Was machen wir jetzt? Du wolltest doch heute noch die Ruine abbauen. Stimmt. Äh... Ich glaub, wir machen das mal so... Du baust die Ruine, aber ich guck ein bisschen, ob ich diese Heimatruhe irgendwo fände. Ja, okay. Mann! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Das ist ein Küker. Warte, ich mach mal im Blick. Was? Also, ich hätt jetzt... Leute, ich hätt jetzt gedacht, dass das hier wäre. Ja, irgendwie... Äh... Guck mal unter der Truhe am Anfang, da war irgendwie so ein Loch. Ja, mach mal. Weil das war da vorne nicht dran. Hey Leute, wir waren die ganze Zeit auf dem Server. Hä? Was ist ein Loch? Da ist nix. Bauen wir mal ab. Ne. Hä? Hier ist nix. Nirgends, wo ist denn was? Lol. Alter, wie viele Treppen sind hier einfach? Ähm... Du hast die Truhe gefunden! Ähm... Oh mein Gott, die hat die Truhe gefunden! Oh mein Gott! Die Folge bekommt ein Like! Ich hab die Truhe gefunden. Was? What the? Einfach mal mal gehen. Köpfe! What the? Köpfe, köpfe, köpfe. Ich wollte gar kein bisschen drauf. Ich war mit dem Dabby. Ja! Elutra! Essie! Ich bin neben! Köpfe! Warte, warte. Warte, Finn. Äh, komm mal mit. Komm mal mit zum Haus. Ey, Alter, was war da drinnen in der Truhe? Finn, Finn. War das ne Belohnung oder sowas? Finn, Finn, Finn. Äh, geh mal vors Haus. Nicht reinkommen, nicht reinkommen. Ja? Ich möchte was machen. Okay? Ähm, warte. Ey, Leute, erst mal hier. Ah, Mist. Ah, Mist. Das ist dein. Ich bin gennig, Steve. Aus dem Land, wo keine Skins geladen werden. Aus dem Land, der jetzt im Copwerk steht. Äh! Ah, ich hab Schmerz. Im Augenschwert. Aber das wird jetzt wieder so spaßig. Ah, Enderman. Enderman! 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 Aber was uns in der letzten Folge auch schon aufgefallen ist? Auf dem Boot! Nein, hier ist ein Bootssteg oder sowas. Guck mal nach unten, vielleicht ist da noch was. Ja, vielleicht ist da unten, ne? Sorry, Leute, falls ihr jetzt gerade in der Aufnahme nicht wirklich was seht. So Pistenhaus. Wolle! Pst! Hä? Ich bin bei euch in der Aufnahme. Leute! Hier ist überall Gravel, aber sonst ist ja nix. Fynn, ich hab den Eingang ein bisschen mit dem alten Zeug... Ah, ich ertrinke! Bin, äh... Fynn gebaut und so. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ich lerne im Moment von Fynn ein bisschen... Easy peasy, name it's crazy. Warte! Ich will die Truhe öffnen! Oh, Melonen! Ihr habt drei Millionen. Ey! 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 Fynn! Fynn! Du wirst nicht ewig... Du musst mal ein Haus aus Copwebs. Du wirst nicht ewig Copwebs finden! Bau mal ein Haus auf Copwebs! Ja! Hahaha! Ich werde mit Copweb Lager bauen. Nein. Ähm... Ich wollte gerade was gucken. Ich baue mir jetzt einen geheimen Copweb Bunker. Ja, man wird ihn auch gar nicht mehr merken, ne? Habe ich Kohle? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich bin nicht vorbereitet. Ich fliege mit der Elytra! Hutzack! Ja, Fynn! Ich fliege! Da war ja auch eine Elytra für dich dabei. Ja! Ich hab einen Back gefunden. Das Wasser fließt nicht. Fynn, wir können so einen Block Base bauen mit der Elytra. Ja! Wo andere Leute nicht reinkommen! Warte, ich mach... Warte, hier bauen wir so einen Locken und dann zack! Oh, das ist rüber! What are you doing? So, ich baum jetzt! Komm, zack! Komm! Komm! Was? Ich versuche durchzukommen. Stopp! Dann habe ich gerade Schaden gegeben. Oh! Ich versuche gerade durchzukommen. Ich habe eine Schalkerbox. Die Lile Schalkerbox! Du hast auch eine Schalkerbox? Ich habe eine Schalkerbox! Du hast auch eine Schalkerbox eigentlich gehört. Wie hat er uns denn die Likerbox? Nein, das heißt Schalkerbox. Das heißt Schalkerbox, ey. Naja, aber so sagt er auch Schalkerbox. Ja, los, bitte. Spricht das heute mal an uns an. Geh da mal weg. Geh da mal weg aus der neuen Schalker-Piste. Ich muss meine Sachen hier ein bisschen lagern. Okay, also, woher geht's nicht hin? Noch aus. Noch aus. Und geht's. Noch nix. Mhhhhh. Das war schon mal ein Tag, das sieht aus wie mir das ist weg, das muss ich kommen. Oh, das war auch so ein Tag. Das sieht aus wie mir das ist weg, deswegen... Ich hab auch einfach das Knochen aus der Kiste bekommen. Finn, vor der Tür. Das ist ja schon wieder. Alter. It's a prank! Ja, ja, ja. It's a prank, bro. Ja, ja. It's just a prank. It's just a prank. Ich hab ne Hose. Ich hab ne Hose. Ich hab vorhin, dass du das Buch nimmst. Wo ist eigentlich das andere Buch? Ähm, ich hab das Buch. Oh, okay. Warte, wir müssen hier irgendeine Stecherbox packen, so die Sichtung. Quest 1. Quest 1. Quest 1 war zu beleucht. Guck mal, wenn Quest war irgendwie Turtle & Ender Dragon, dann sind wir noch lange nicht. Und wenn wir dann nur einen Drop bekommen, dann werden wir vielleicht zu diesen Typen gegangen? Ein Pferd! Yeah! Hätt gefragt, wer sind sie? Hätt ich gesagt niemand, dann hätt ich ihnen so halt in die Fresse geklatscht. Ja, das hier, liebe Leute, das Werk, das werde ich ihnen nie geben, weil, ähm, ja. Du willst mir eh wegnehmen, das weiß ich nicht. Ähm, Finn. Was hast du schon? Finn. Ähm. Auch geil. Das werde ich nie im Leben in irgendeiner Kiste oder sowas reinpacken. Das werde ich immer wieder reinpacken. Ähm. Ah. Wie lange nimmst du schon noch? Kann man nicht. So, also 8 Minuten. Wie lange willst du aufnehmen? Ja, ich muss, ich kann nicht über 15, 14 Minuten machen. Ja, dann mach 14 Minuten über 14 Minuten. Ähm. Ich war nochmal bei der Fiorine ab, vielleicht ist er ja noch in die Kiste. Das wäre so. Das wäre so. Oh mein Gott, Finn. Oh mein Gott, Finn. Das ist wirklich so. Nein, war ich. Junge, dieser Schatz. Ich mach den Ding. Mach du mal auf. Meine Aufnahme hängt auch ein bisschen an. Meine Aufnahme. Äh. What the fisch. Wie du, Luke? Alter, was ist das denn? Ich bin ganz 15, 13 Minuten. Ich bin hier meine Fanny doch geworden, Alter. Die machen jetzt auch nicht drauf. Ähm. 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 Wir können ja aus den Resten der Ruine vielleicht ein bisschen noch ein bisschen aufbauen, weil ich hab ja auch vor der Höhle so einen kleinen Eingang aufgebaut. Was ist das? Das hab ich gebaut. Hm. Da wollte ich diesen Glühltrabag ausprobieren. Ach so. Finn. Äh. Geh mal zum, äh. Geh mal zur, äh. Dingsens hier. Geh mal zur. Ähm. Geh mal zur. Hyperkeit 3. Hast du schon mal gesehen, was die Elektra verzaubert hat? Nein. Hyperkeit 3. Geht ja dann ewig, Alter. Ähm. Ähm. Geh mal zum, äh. Dingsens hier. So diesen Steg da. Und guck mal zum Berg. Hm. Ich will jetzt, ich will jetzt meine Skills zeigen, ey. Du, 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 du. Guckst du Merk? Ja. Skills! Nein! Hahaha. Geile Skills, ey. Nein! Geile Skills. Die Truhe lassen wir jetzt einfach klar. Ähm. Vielleicht kommt da ja nochmal extra Luke oder was. Geile Skills. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Boah. Ich will hier die ganze Zeit rein und dann fällt mir auf, dass mir noch was fehlt. Und dann... Och Mann ey. Leute, 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 Leute. Wie geht das so irgendwie? Okay. Okay. Das sieht eigentlich ganz cool aus und die Bilder waren so ein bisschen schitzig. Hm. I'm awake. Okay. Ich glaube, ich ändere, wie meinst du uns durch Rüssiges tun? Ähm. Das ersetze ich gleich noch durch, ähm, Cockraps. Durch Cockraps, ja. Ähm. Ja, so wie das war... Ich hab Cola! Ich würde euch raten, ihr könnt so ein eigenes Intro irgendwie für Pause machen. Hab ich doch. Ja. Ich hab auch Cola. Cola, 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 Cola. So. Das sieht einfach cool aus. Oh, ich kann mal Keks craften. Bam. Ja. Nein, nein, nein. Ich... Ich hab... Ich hab die Alpha-Kohle bei uns aufgehauen. Die erste Kohle, die wir im Spiel hatten. Alpha-Kohle. Ähm. Warum ist das hier so? Äh, Schinken, wo bist? Ach, bist du in der Hülle mit dem Wasserback? Ja. Nein. Nein. Nein! Ja, ja, ich hab sie! Nimm dir die Lille. Ach so, okay. Ich liebe die Lille. Weil da kann man dann mit der Elytra durch, wenn ich die so mache. Habe ich die an? Habe ich die an? So. Das wird übrigens hier meine Höhle. Und dann könntest du hier so einen Notausgang machen. Also du baust hier? Oder was? Ja, in der Höhle. Ja, ich konnte da nicht mehr. Ähm, ich werde wahrscheinlich da beim Berg weiterbauen. Okay. Obwohl... Also wir werden erstmal beide da drinnen bauen in den Berg da. Ja. Ich denke mal, ich mache es sogar auf der anderen Insel, wo die anderen Bäume sind. Äh, da mein Haus war. Ich habe da aber schon ein bisschen vorgearbeitet. Also ein bisschen vorüberlegt in einer anderen Welt. Habe da ein bisschen vorgebaut im Creative. Und ja, das sieht eigentlich einigermaßen gut aus. Wollt ihr mich eigentlich? Ja, das bringen wir auch gerade. Wahrscheinlich wird es Sonnenuntergang los. Wollen wir schlafen gehen? Alter. Ich bin gerade gehacken. Sorry Leute, aber das ist... Bett ist zu weit weg. Mein Bett. Ich schlaf. Ich baue mir noch. Ja Leute, dann würde ich auch so langsam mal sagen, das war es mit dieser Folge. Äh, abonniert alle. Flinder HD und... Natürlich... Skylife. Skylife. LB. Ja, ich schlaf mal. Und C-Lords. S-E-A-L-O-Z. Ja, ähm... Nicht. Doch. Dankeschön. Hört mal auf. Ja Leute, dann würde ich mal sagen, das war es mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal Leute. Und gerade rein. Ciao. Leute. Ja. Ja.